So, hi Leute, willkommen zurück, neue Folge über Startzweck, wenn nix, generische Berge-Afferation mit den Klingonen, starten wir den Timer, ok, Spielstand laden, bitte, Klingonen, 121. Runde, Groß-Elektrisch, Galaxie, Spielstand wird geladen, was war das für eine letzte Folge, na, da hatten wir, hier, Föderation, Ferengi und die Romulaner haben uns den Krieg erklärt, Gott sei Dank sind die in der letzten Runde, die Androianer hat zu uns gejoint, ohne die wären wir hier tot gewesen, wir hätten uns platt gemacht, wir sind auch noch nicht immer am Berg, wir versuchen hier zu viel Militärchefe wie möglich zu ballern, die Invasion aufzuhalten, Ja, bin dabei, drückt mir die Daumen, ja, übel, übel, Ferengi, Masse, ne, aber wir versuchen die Invasion abzuwärmen, wir haben zwei Kolonien im letzten Part verloren, die werden wir uns irgendwann zurückerobern, Aber erstmal müssen wir, dass unser Imperium Widerstand leisten, Widerstand ist nicht zwecklos, hoffentlich, drei Großmächte Krieg erklärt, Föderationen hungert hier auch, ja, alle wollen was vom Kuchen abhaben, aber so leicht machen wir es den Computer nicht, Okay, wollen wir mal weiter, ich wollte hier eigentlich mit diesen Truppentransporter, auf Kronos in Außenposten bauen, aber da wollen die vier unbekannten Schiffe hier, vulkanische Schiffe, Jetzt sehen wir unsere Truppentransporter erstmal ab, und wenn die hier noch den App, wenn die zurückziehen, wenn die irgendwann mal weg sind, dann ablehnt, Digga, was ist das hier für Moral hier, Ja, muss ich auf meine eigene, ja, aber ich hab die, ich hab hier das hier gemacht, Gefängnismine, ein Plus Delizium, dafür eine Minus Moral, die große Halle könnte uns weiter, aber 30 Runden, ich brauch erstmal Kriegsschiffe, Ah, machen wir erstmal Polizeistart, egal, muss sie jetzt sein, 141 141 152 252 242 252 252 272 233 254 эк 255 252 da kommt ihre hauptflotte 6 zerstörers ja ich bleib bei den awesome posten das ist der wichtigste planet andor die dürfen wir nicht verlieren top priorität das ist mein bestes pferd im stahl so etwa 50, 250 93 so jetzt muss ich ein handy leise machen sorry leute jetzt muss ich ein handy leise machen klima verbesserung auf kinder eine veränderung hat kinder 2 zum wüsten planet verwandelt die schiffe gehen wir jetzt erstmal dort hin was da los ist die sollen sich vergleichen jetzt ziehen die vulkanische schiffe echte kauf bestätigt andere sohn gerade kauf bestätigt kauf bestätigt kauf bestätigt kauf bestätigt kauf kuf 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 2 orbital schütze an brotkampf von 300 wir haben hier einen truppentransporter brotkampf von 44 48 kauf bestätigt die frage ist angreifen oder lassen wir die ein paar schiffe verlieren sollen sie mal versuchen die schütze sind hier an brotkampf haben wir was haben wir denn hier 366 die schiffe mir so nicht sie haben 1 2 3 3 Truppentransporter wir müssen unsere flotte aufbauen auf Andor eine Exkorte die nehmen wir doch mit 3 sie werden einen schönen tod haben verstanden dieser kampf wird ihr letzter sein verstanden das ist einfach das ist einfach das ist einfach das ist Aerium.